Julian Pribos war ein polnischer Lyriker der Krakauer Avantgarde, Essayist und Übersetzer. Leben Pribos wurde 1901 in eine Bauernfamilie in dem südpolnischen Dorf Kwasnika-Dolna geboren, seit 1912 besuchte er das Gymnasium in Resto. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem polnisch-sowjetischen Krieg studierte er ab 1920 Polonistik in Krakau, wo er Anschluss an die Krakauer Avantgarde um Thaddeus Piper, den Herausgeber der Zeitschriften Zwerotnika und Linea, fand. Seit 1923 war er als Gymnasiallehrer in Sokal, in Kranow und schließlich in Teschen tätig. Erst ein Stipendium und dann wiederholte Reisen führte ihn in den Jahren 1937 bis 1939 aus der Provinz nach Paris und Italien, wo er Gelegenheit hatte, sich mit westeuropäischer Kunst und Architektur zu beschäftigen. Den Zweiten Weltkrieg verbrachte er zunächst in Lemberg, wurde von der Gestapo kurzzeitig verhaftet und hielt sich später in seinem karpatischen Heimatdorf versteckt. Zum Ende des Krieges trat er der polnischen Arbeiterpartei PPR bei ohne jedoch in politischen Ämtern aufzugehen, die ihm angetragen worden waren. In den Jahren 1947 bis 1951 war er Botschafter der Volksrepublik Polen in der Schweiz. Nach seiner Rückkehr aus Bern war er RU. A. Direktor der Jagiellonen-Bibliothek in Krakau, arbeitete an der Kunstzeitung Pregeler Kulturalniemid und war stellvertretender Vorsitzender des polnischen Penfwerk. Seine ersten Gedichte schrieb Ribos während des Ersten Weltkriegs und begann in den 1920er Jahren regelmäßig in Zeitschriften und Eimernachen zu publizieren. Dann erschienen bald auch eigene Gedichtbände, zunächst im Selbstverlag, die sich nicht nur sprachlich sondern auch typografisch abhoben und ein Gesamtkunstwerk von Text und Bild schufen. Die Gedichte und Manifeste der 1920er Jahre waren von der Technikbegeisterung des Bauernsohnes geprägt, schlossen sich damit aber auch den westeuropäischen Avantgarde-Bewegung an, Phase wie Ich liege von Funken besprüht auf dem Rasen und Metaphern, die dem Bereich des Technischen entlehnt sind Zeugen davon. Er gilt als Konstruktivist, der gegen alle zeitgenössischen polnischen Literaturformen anschrieb und sich von abstrakter Kunst und Surrealismus beeinflussen ließ. Trotz aller gerade Polen heimsuchenden Katastrophen des 20. Jahrhunderts blieb er einem Optimismus verschrieben, der vom Aufbruch in eine neue Zeit gekennzeichnet ist. Bereits 1945 wurde er zusammen mit Czesław Milosz zur Spitzengruppe der zeitgenössischen Lyriker gerechnet. Mag er auch ein wenig im Schatten des bereits genannten sowie von Wieslawa Schimbowska, Z. Bigniew Herbert und Tadeusz Rosowicz, den bedeutendsten polnischen Dichtern des 20. Jahrhunderts stehen, gilt es ihn vor allem im deutschsprachigen Raum noch zu entdecken. Seit seinem ersten Gedichtband Rubi bis zu seinem Tod 1970 erschienen 15 Bücher von Pribos. Auf Deutsch sind seine Gedichte meist in Sammelbänden mit polnischer Lyrik erschienen. Erst 1963 erschien ein Auswahlbänd mit von Karl Dedicius übersetzten Gedichten bei Lange Wiesche Brand. Später folgten Werkzeug aus Licht sowie die Auswahlbände bei Damnitz und in der Reihe Poesiealbum im Verlag Neues Leben. Die letzte Veröffentlichung datiert aus dem Jahr 1990.